Hi und willkommen auf Sirigold Breaking News. Martin Hintegger hat seine aktive Fußballkarriere als beendet erklärt. Der 29-Jährige von Eintracht Frankfurt, Europa-League-Sieger, dieses Jahr hat seine Karriere tatsächlich beendet. Kommt sehr, sehr überraschend, auch gerade auch mit den letzten Wochen. Viele Spekulationen kamen da ja auch irgendwie raus oder wurde spekuliert durch diesen Hinti-Cup, der vor zwei Wochen stattgefunden hat und dass dort einige Rechtsextremen da waren und dass Martin Hintegger davon Bescheid wusste. Da gab es ja auch im Frankfurt-Foren sehr viele Diskussionen zu diesem Thema und anscheinend war da vielleicht jetzt doch irgendwie was dran, auch wenn das Statement von letzter Woche von Hintegger ganz klar gesagt hat, dass er nicht wusste oder so. Also es war wahrscheinlich intern viel los in den letzten Wochen und auch Tagen und dass Martin Hintegger sich dann eben dazu entschieden hat, seine Karriere zu beenden. Er hat sich halt eben auch an sein Wort gehalten, dass er gesagt hat, dass er seine Karriere bei Eintracht Frankfurt beenden wird. Das ist auch sehr überraschend. Er hat das Europa-League-Finale verpasst. Martin Hintegger ist innerhalb von kürzester Zeit, seit dreieinhalb Jahren, ist er halt eben bei Eintracht Frankfurt, ist zu einer Ikone geworden. Ich habe ihn auch sehr gerne beim Fußballspielen zugesehen. Er war halt immer jemand, der seine Meinung immer vertreten hat, frei nach Schnauze geredet hat. Finde ich echt schade, dass er die Bundesliga jetzt verletzt, dass er auch seine aktive Fußball-Care beendet. Ich hoffe auch, dass da jetzt irgendwie auch Klarheit herrscht, ob da jetzt wirklich so viel Spekulation war oder ob das am Ende wirklich nur heiße Luft war. Und ja, das war es auch mit diesem kurzen Infovideo. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sollte irgendwas Neues passieren. Ich werde auch in den Tagen dann wahrscheinlich, in den nächsten Tagen auch ein separates Video zu diesem Thema machen. Das sollte halt einfach nur als Informationsquelle dienen. Das war es dann auch mit diesem Video. Genießt auf jeden Fall heute das tolle Wetter. Habt viel Spaß heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Diriakos. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.